Sie sind hier, 20. August 2018, 15.38 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern Handball. Bundestrainer Christian Prokop spricht über Titelkampf in HBL Urheberrecht Getty Images. Bundestrainer Christian Prokop nennt vor dem Saisonstart in der Handball-Bundesliga seinen Meisterschaftsstipp und spricht über seine Erwartungen an die neue Saison. Bundestrainer Christian Prokop tippt vor dem Start in die neue Bundesliga-Saison auf den Rekordmeister THW Kiel. Der THW Kiel hat in meinen Augen die stärkste Mannschaft zusammen, sagte Prokop dem Sitt, bleiben sie hungrig nach Erfolg und von langwierigen Verletzungen verschont. Sind sie der Titelkandidat Kiel hatte die Meisterschaft zuletzt dreimal hintereinander verpasst. In der vergangenen Saison holte sich die SG Flensburg Handewitt die Schale, der THW wurde abgeschlagen Fünfter. Prokop erwartet intensive Duelle, die Bundesliga startet am Mittwoch traditionell mit dem Supercup in die neue Spielzeit. Der Meister Flensburg trifft in Düsseldorf auf den Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen. Die 53. Erstliga-Saison beginnt dann mit den ersten Partien am Donnerstag. Ich freue mich auf eine spannende Saison mit intensiven Duellen und emotionalen Auftritten der Teams, sagte Prokop. Es gab sehr interessante Transfers, die unserer deutschen Liga weiterhelfen werden, sich attraktiv und erfolgreich zu präsentieren. Bis zum nächsten Mal.